Wir nutzen das Kurhaus, das ich für einen der schönsten Konzertsäle Deutschlands oder vielleicht sogar Europa halte, für unsere Konzerte beim Rheingau Musikfestival. Vor allen Dingen die großen Orchesterkonzerte, aber auch Kammermusik großer, bekannter, internationaler Künstler. Ich buche seit neun Jahren das Kurhaus für den Verband Deutscher Prädikatsweingüter, um hier den Ball des Weines durchzuführen. Das Serviceangebot hier im Kurhaus ist für uns perfekt. Es ist ein sehr, sehr freundschaftliches Miteinanderarbeiten, sehr professionelles Arbeiten. Über die vielen Jahre hat man wirklich Partner gefunden, mit denen man sich austauscht und wunderbar zusammenarbeitet. Modern, alt, wunderbar miteinander kombiniert ist es so flexibel, dass man alles hier machen kann und es ist immer ein wunderbares Ambiente hier. Musik 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 Zum einen mieten wir hier den Tierschsalem an, weil wir unsere Rewe Jahrestagung hier haben und wir 1400 geladene Gäste an dem Tag haben und deswegen ist es halt optimal, normal von der Stuhlung und wir können unsere Gäste alle dort unterbringen. Musik Man kann es wandeln in alle Arten und Formen, wie man es möchte, je nach Veranstaltung. Also es lässt sich alles verändern und auch vom Kurhaus gibt es da kein Nein, sondern es wird alles versucht möglich zu machen und das tut uns als Kunden natürlich sehr zufriedenstellend. Musik Musik Top ini Video Yeah Okay Dip 이